Hallo zusammen, hier ist der Pesky. Wir können sogar eine Rolle machen. Wir sind hier im Schwerz-Simulator-Game. Und ich habe ganz kurz angetestet. Es macht recht fun, jetzt die ersten 1-10 Minuten, die ich gespielt habe. Jetzt haben wir hier schon 2200 Pokale. Wir können uns hier so ein Ding... Einmal an die Insel schütteln und wir kriegen Welpen. Komm, wir schütteln nochmal. Wir können zweimal schütteln. Zwei Welpen. Okay. Äh, was geht? Äh, Equip-Best. Okay, wir haben es aktiviert. Dann haben wir hier auf eine Super-Kiste. Äh, das können wir hier nichts machen. Claim. Oh, den ersten Tag gibt es 150-Geben. Geil! Tag 4-5 Mal spinnen. Oh, cool. Claim. Oh, ja. Haben wir es uns im Shop? Gibt es da etwas Gratis? Gibt es da etwas Gratis? Nein. Okay, der... Uh, der ist schon ein Fighter. Aber anders. Mögliche Beute. Oh, also auf diesem Feld da vorne. Wenn wir hier fighten gehen, sind das die möglichen Beuten, die wir bekommen. Okay. Bis jetzt haben wir ein Holzschwert und ein Boomerang. Okay, was haben wir denn alles gewusst? Boah, krass. Also jetzt müssen wir wahrscheinlich nochmal da drauf gehen. Die Tierchen sind dort am Start. Okay, jetzt ist der... Ah, und der Boomerang schiesst von alleine. Oh, ja, schau. Geil! Andere haben wir da... Oha! Oho, jetzt kommen wir jetzt schon grössere. Achievement komplett. Ah, wir haben jetzt einen Erfolg geschafft. Ja, den hätten wir jetzt schnell anschauen können. Okay, wo ist jetzt gestanden? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, jetzt kommen wir immer mehr. Oh, da ist eine Schatzkiste. Uh! Oh mein Gott. Meine Leben, meine Leben. Jetzt noch ein Pizzastück, da gibt es Leben, oder? Gibt es Leben, oder was? Energie. Ja, die ist stärker. Oh mein Gott, ich muss da vorne weg. Ich kann jetzt doch da nicht die Dinge anschauen. Okay, die, okay. Ah, wir sind oben. Oben sind wir die Leben. Wave 3. 157 Leben. Yeah, Feuerwerk. Führwerk für uns, Besski. Und für uns natürlich für alle, und... Oho! Hey, sind jetzt die stärker worden, oder was? Oh mein Gott. Ich muss weg da. Ah, wenn ich rausgegangen, starte durch Wave 1. Okay. Ich denke, das ist ein Trick, oder so, was ich da kann. Ah, unten sieht man DPS, was ich mache. Per Sekunde, wie schade. Damage per Second. 714. So. Nein, jetzt müssen wir nachher ein wenig kämpfen, dass wir auch ein wenig so Pokal bekommen. Und dann können wir uns, jetzt haben wir schon 1'400, dann können wir wieder... Pro 1'000 können wir so Petr, äh... an der Inseln schütteln und Petr kaufen. Oh mein Gott, ich kriege da nicht mehr... Oh oh! Oh oh! Da hat es noch einen violetten Pokal, den haben wir mit. Ich kann jetzt die Quest komplett. Ah, mein Boomerang schüsst ja sowieso, auch wenn ich wegrenne. Das ist doch noch ein Vorteil. Hehehehe. Kann ich eine Art zwischen... Aber die Lebe fühlen sich nicht auf, habe ich gesehen. Ähm... Aber wenn ich die Wave komplett kriege, und dann schaffen wir auch. Yes! Schön! Noch einsammeln. Jetzt könnte es dann gleich schwieriger werden, hm? Die nächste Wave sind doch noch... ...gegner stärker. Oh oh! Oh oh! Oh oh! Da noch schön zwischendurch. Hier durch. Oh oh! Oh oh! Oh Gott! Ich bin noch nie gestorben. Ich weiss nicht. Soll ich da überhaupt riskieren? Kann ich da etwas verlieren? Oh mein Gott! Es sind... Ah, mehr werden sie nicht mehr, hm? Okay, mehr werden sie nicht mehr. Aber sie dürfen mich eigentlich nicht berühren. Aber ich kann sie so kiten. Das geht. Das geht noch gut, hm? Wie es jetzt so sind sie nicht so schnell wie ich. Ich kann sie schlagen. Sie dürfen hier vor Jahren nicht. Wenn sie einmal an mich kommen, dann sieht es schlecht aus. Oh mein Gott! Wir sind gut dran! Ah, schau mal! Es klappt vielleicht so gerne. Wenn wir schön dran bleiben. Ja, weiss er weiss. Der Preis ist eins. Schaffen wir da? Können wir uns so lange konzentrieren? Oh oh! Pfff! Jetzt habe ich gerade knapp einen Fehler gemacht. Er hat gerade noch gelangt, um nicht zu sterben. Oh 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 oh! Oh! Noch 5! Einen schlagen und ich bin tot! Oh oh! Jetzt wird es spannend. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Einen schlagen und ich bin tot! Einen schlagen und es ist Ende! Oh! Oh! Jetzt will ich die Seite wechseln. Das ist eine gute Idee. Ich glaube nicht. Ich glaube jetzt bin ich da gewöhnt, um auf die Seite zu gehen. Oh! Uah! Uah! Ich habe schon gesehen, ich habe schon gesehen, ich habe schon gesehen, ich habe noch ausgeholt. Oh mein Gott! Ich habe schon gesehen, ich habe schon gesehen, die schaffen wir! Die schaffen wir! Nein! Oh shit! Ich habe noch zu schaffen! Oh no! Bin ich jetzt nervös? Wir schütteln wieder an die Inseln. Ein Fuchs! Yes! Und... Der Welpe. Okay. Best Equip. Jetzt haben wir noch mehr Power. Achievements. Level Up, Level Up, Level Up. Wir reinen können nicht. Wir müssen mit den ersten Waves starten. Aha. Aber jetzt sind wir noch stärker. Jetzt haben wir noch 30 Päts. Päts am Start. Jetzt schauen wir, dass wir hier wirklich wieder auf H. Wenn wir das schon früher machen, dann kommen wir auch weiter. Schauen wir, dass wir möglichst wenig Leben verlieren. Und jetzt sind wir Wave 2. Jetzt schauen wir, dass wir möglichst lange überleben. Oh, da läuft einer mit einer Schatzkiste auf dem Kopf. Okay. Jetzt sind wir hier gerade schon mal. Oh mein Gott! Ich habe das Zielwerk sein. Wir lassen stehen. 85 haben wir. 85 haben wir. Immer noch 85. 85. Schön. Schön. Geil. Oha. 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 Wir haben wieder so einen Laserturm. Den habe ich auch schon mal im Probelauf gehabt. Okay. Oha. 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 anteriorилось ist unser Laser. Zum Glück noch ahí nur Haynespaar während hingen. Für mich bin ich ... Oha. folgen die Merrylings разных wurden. camera gebraucht. Weather. Oha. Ob ich das 경우에는 really ärmeren muss. Oho. Oha. Super. Oho. Oha. Oha. Jetzt kann sie ja gar nicht mehr kommen Weil Sind ja schon alle gespawnt Oh jetzt hat mich jemand gehofft Oh nein, schön Aber auch gut, Diamante Jetzt schaffen wir es Jetzt schaffen wir es Yes Baby Jetzt wird es wahrscheinlich Oh mein Gott Die verlieren gar kein Leben mehr Oh mein Gott Oh mein Gott Oh 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 mein Nein, ich bin rausgegangen Ich bin aus der Linie raus Shit Was kannst du denn addieren 3,5k, wir können einen kaufen Wir schütteln an der nächsten Insel Und seltener Fuchs Ähm Best Equip Ähm Raw Fox Raw Baby Normal Ah, da gibt es verschiedene Grössen Craft All Äh Jetzt kann man es noch verbessern Oder wie Craft All Jetzt sind es Oho Ähm Gehen wir mal noch da hin Kann man da drüllen? Ah, wir können auch mal drüllen Hohoho, wieder drüllen Oh mein Oh mein Was? Einen Diamanten zu geben Oh schade Ähm, was können wir da machen? Merge all Ah, weiss ich noch nicht Index Index Darf Reise Rune Ah, der andere steht am trainieren Ah Ah, da werde ich nicht stärker So ist es Da werde ich noch stärker Ah, soo Ich muss da trainieren Darum ist der andere Am trainieren Babababam Upgrade Upgrade Level Up Was? 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 Was ist jetzt da? Was ist da? Okay Einen Upgrade haben wir jetzt Upgrade wieder? Upgrade haben wir da Waffen Upgrade Weisst du wenn es Upgrade ist? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Fünf Sieben Wollen wir da überhaupt anklicken? Zack Ah Es geht uns nicht weiter Okay Ah So ist das Ja Dann kann ich eine Art Da unten drücken Dann gradet es Es geht ab, oder? Holy Mokoro Jetzt geht es ab Jetzt haben wir einen Turbo Boost gehabt Jetzt haben wir ein Schloss Wir können hier nicht weiter Upgrade Wieso da? Wieso jetzt da? Interessant zum wissen Achievements Okay Wieso? Machen wir mal die blaue Linie unten voll Machen wir mal die blaue Linie unten voll Ich würde sagen Jetzt Äh Oder hast du denn da hinten etwas anderes? Nein das gleiche Äh Fünf Wellen Okay 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 Oh Oh Mein Gott Sie Oh Mein Gott Das trainieren hat sich gelohnt Jungs Holy Shit Es zerfetzt alles Oh Mein Gott Wie geil Okay 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 Krass Krass Jetzt Äh Jetzt Äh Jungs Wir sind Ready Für Eine andere Place Wetten mal Ich kann aber Was ist das? Eke Kanonen haben wir noch, wo ich es mitschiesse da. Bam, 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 bam. Oh, wie geil ist denn da? Und jetzt haben wir da ein Lasertorb. Wow, Dios. Wow, jetzt haben wir ja... Wow, der König ist am Start. Okay. Oh mein Gott. Oh, ich bin den Gang geschlagen. Alter, ich habe keine Chance. Oh, ein Schlüssel. Der Tor-Schlüssel haben wir bekommen. Wir können das nächste Tor... Wo ist jetzt los? Wo sind wir jetzt da? Nächste Wave. Ah, jetzt haben sie da vorne angefangen. Okay. Confirm, wir können den Schlüssel nehmen. Yes. Wow. Geil. Wir haben es geschafft. Okay, wir gehen mal schauen, gell? Oh mein Gott. 120.000 für ein Eier. Oh mein Gott. 15k. Level 2. Level 2. Level 2. Äh... Aura-Maschine. You... You need an Aura-Ticket too. Aha! Jetzt können wir da weiter trainieren. Wenn ich jetzt da auf Auto-Training gehe, macht es... Er kriegt gleich viel. Ihr denkt, er kriegt nicht gleich viel. Das auch kriegt er gleich viel. Okay. Okay. Aber... Jetzt sagen wir mal, er schlägt, schlägt, schlägt. Aha! 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 Da haben wir so ein Ding gesehen. Haben wir jetzt den gesehen? Auto-Training und da kommt doch jetzt mal so ein Ding. Wo ist er? Und der ist in der einen. Da ist er! Da ist er! Ah, der kann ja im ganzen Bild sein. Geil! Da! Oh, du musst noch gut schauen. Und den Bonus-Switch musst du gut schauen. Wo kommt jetzt der nächste? Hier oben! Hohoho! Ha-ha-ha! Mit schon... 130.000. Alter Verwalter! Wohohoho! Ich habe Piss ab! Okay. Ich glaube, da sind wir noch ready für die nächste Wave. Da rein. Jetzt noch ein Turbo. So! Machen wir noch, bis wir einmal den Ding haben. Da unten den blauen Balken voll mit unserer super Aura. Da oben raus. Wo kommt der nächste? Oh, das ist wirklich ein guter Blick. Wow, wir sind bei 170.000. Und ein Turbo. Ein Turbo. Tatatatatatatatata. Und jetzt auch. Yes! Schön. Gut, jetzt sind wir stark klar für die Wave hier. Wer können wir hier für Gegner? Holy macaroni! okay okay bis jetzt okay okay fast zu easy entweder habe ich da irgendeinen tricky tricky herausgefunden läuft er ab von der zeit her da oder ist er entweder habe ich jetzt irgendeinen trick herausgefunden dass er voll einfach geht vielleicht wird es noch schwerer jungs vielleicht oder vielleicht sind wir einfach gut laut wo haben wir den laut bekommen wir haben laut bekommen wow ich bin gespannt was auf dem boss kommt ich bin gespannt was auf dem boss kommt also ganze am schlag geht es nicht mehr weg da könnten schon noch ein wenig schwerer werden ja ja wird dann vielleicht schon noch schwerer jetzt das ganze so einfach geht es nicht weg jetzt wenn dann der boss kommt sind wir gespannter aber musik ist entspannt muss ich sagen oh geht ein kiste ich glaube die behalten wir gerade für den boss oder wenn wir die für den boss behalten jetzt aber gar nicht mehr so einfach aus was was oh mein gott wie viel waves gibt es da Oh, ich habe nichts gesagt, es ist einfach. Ich habe nichts gesagt, es ist einfach. Alles klar. Oh, 1,1 Millionen Pokalen. Holy, holy. Wir können uns hier ein Frühlingsein kaufen. Ein Grosses. Noch mal eins. Zwei Gants. Und jetzt schauen wir mal. Best Equip or Craft geht noch nicht. Ja, ich will sagen. Wir holen noch ein paar Points. Jetzt mit den neuen Pets könnte es dann noch ein bisschen krasser werden. Aha, weisst du was? Ja, ich glaube, ich muss schnell noch mal raus. Ich glaube, wir müssen einfach noch trainieren. Wir müssen noch trainieren. Jungs, wir müssen noch kurz noch trainieren. Zat, 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 zat. Oh, geil wäre, wenn wir dann mal ein anderes Schwert... Ah, wir haben noch ein Ding bekommen. Stimmt. Einen Loot haben wir doch noch bekommen. Upgrade. Inventory. Agete. Agete. Wir haben nicht Platz. Äh, anders Schwert. Hohohoho. Geil. Was ist das? Tronchains. Tronch... Tronchain. Äh, game. Wins. Wir leben. Ok. Ok. Ah, dann haben wir noch den Turbo... Tat, 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 tat... Jetzt sind wir doch... Jetzt haben wir noch ein Schwert ausgerüstet, Jungs. Jetzt geht Post ab. Jetzt machen wir noch einmal den Turbo hier. Level Up. Wir sind schon ein Ninja! Alter Verwalter! Ich kann fast nicht hören, ist so geil! Jetzt gehts los! Boah, so gerade der Rasen explodiert da! Ah, da ist wegen der Raketen, die wir jetzt noch rein haben! Boah, jetzt gehen wir böse ab mit unserem neuen Schwert! Dann haben wir noch eine Rakete, dann haben wir noch... Und stärker sind wir jetzt auch noch, mit noch mal trainiert! Pam, 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 let's go! Boah, wir haben ein geiles Schwert heute! Ich kann drauf bleiben, wenn wir gar nicht immer schlagen! Oh, Jungs, wir können drauf bleiben! Ich kann einfach drauf bleiben! Ia, den ganzen Druck dabei! Da, 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 da! Ninja! Du, 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 du! Oh, jetzt noch Wassermelonen, die behalten wir! Falls wir gleich mal Schaden überkommen! Pam, 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 pam! Oh, jetzt kommen dann die grossen... Aber das ist jetzt geil! Ich muss gar nicht alle drücken! Ich kann einfach drauf bleiben! Da, 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 da! Mal zwei irgendwie! Bam, bam, bam! Vielleicht droppt auf einmal etwas krasses! Auch hier kann man ja schauen, was er droppen kann! Und irgendwann haben wir den Schwertfahrer gedroppt bekommen! Ich weiss nicht, ob er es da bekommen! Alter, geil! Wir haben einfach da einen geilen Loot bekommen! Also da der Kaktus oder der ist, da haben wir gelootet bekommen! Das habe ich aber offensichtlich gesehen! Jetzt muss ich mal schauen, wo der Loot rausfliegt! Ob er einfach bei den Viechern ist oder bei diesen Schatzkisten! Wie verfassert ihr! Okay... Wave 6! Wow, ich bin gespannt auf den Boss! Ich bin echt gespannt! Und ihr auch! Ist es, ist es wieder denselben Boss? Oder ist es ein anderer? Ein König? Ich bin echt gespannt. Oh, schau mal, jetzt ist es ja gleich wieder heftiger. Ist es nicht ohne? Also für das, dass ich jetzt schon so viel trainiert habe, muss ich sagen... Hohoho! Hä? Können wir da schon nachschauen? Schau mal an da. Schon widerstandsfähiger geworden da. Ta-ta-ta-ta-ta! Oha, oha! Okay. Okay. Da kommen wir noch ein bisschen weg. Oh mein Gott! Also wenn jetzt die, die wir so reinhauen... Wie wird es denn beim Boss werden? Wie wird es denn beim Boss werden? Okay. Okay. Ich habe es gerade noch so raus geschafft. Okay. Okay. Boah, ja. Jungs, ihr denkt, es ist voll einfach jetzt. Aber es ist tatsächlich nicht einfacher. Alter, ich komme da gar nicht raus. Es ist gar nicht einfacher. Alter, ich komme da gar nicht raus. Hohohoho! Es täuscht, Jungs! Es täuscht! Aber unser Schwert... Das ist ja richtig nice! Inventory. Mal schauen. Wir kommen da etwas Neues rein, oder? Äh... Eipisch! Hohoho! Ein seltener Hummel! Äh, den können wir vielleicht so gerne kombinieren. So einen. Äh, haben wir noch einen? Gibt es neun? Äh, es gibt noch einen! Komm schon! Äh, hat er nicht wollen. Nein, jetzt gibt es keine mehr. Jetzt gibt es keine mehr. Zack, zack. Okay. Äh, pits, craft all. Äh, best equipped. Geil! Oh, jetzt haben wir schon... Krassi-Din! Aura-Maschine. Weisst du jetzt... Ah, only one. Jetzt kommen wir leider schnell auf Auto. Da machen wir uns noch ein bisschen stärker. Ba-ba-ba-ba-ba-bam. Meinen wir... Meinen wir schaffen wir jetzt Wave? Alle. Mit Boss. Mit Boss und allem. Meinen wir. Meinen wir? Meinen wir. Jetzt trainieren wir da kurz noch. Da, da. Jetzt schaffen wir es. Ich sage jetzt schaffen wir es Jungs. Jetzt schaffen wir es. Ja, wenn es den Balken so schnell laden, können wir eigentlich doch noch einmal durchgehen bis hoch. Ah, irgendwo können wir doch noch upgraden. Ja, jetzt haben wir noch einmal einen Turbo Boost. Bam! Schön! Oh, schau jetzt, da ist klasse! Gut. Achievements, haben wir nichts. Wo war es noch? Inventory. Upgrade. Irgendwann wollen wir doch noch einen upgraden. Was war jetzt da? Ah, da können wir noch schnell schauen. Regenrock. Ah, okay. Okay, da müssen wir schon ein bisschen abpassen. So, aha. Ähm, da ist da anscheinend sehr gut. Noch zu lassen, eine Weibe. Aha! Ah. Noch da mal rein. Dann, äh, da und da. Ich muss gleich schauen, was ist denn da noch gut. Okay, der Goldteil und der Kaktusteil. Noch da. Okay. Und da? Und da? So. Und da? Jetzt! Jetzt machen wir das! Jetzt schaffen wir es! Wir schaffen es jetzt hier in diesem goldenen Tor. Wo sehe ich noch wie viel Wave das es da gibt in dieser Runde? Seht man das eigentlich auch? Schön die Asi sammeln. Jetzt schaffen wir es. Wir müssen schon 900'000 oder andere anschauen. Sind wir hier auf dem Level? Jetzt noch eine andere mit Trillionen glaube ich. Oh! Loot! Loot! Jetzt habe ich den Loot bekommen. Kann man den gleichen Loot auch verstärken? Denkt ihr schon? Oder denkt ihr ja nicht? Also weisst du die Loots hier, wo ich gerade in das Inventory habe, die ausgeziehenden Batterien wie ein Kaktus. Kann man eigentlich die kombinieren? Das können wir gerne in den Kommentaren schreiben. Wenn wir hier mehr wissen. Vielleicht finden wir es auch noch gemeinsam raus. Wer weiss. Da geht das so. Ah ja stimmt. Ich kann ja hier aufbleiben und gar nicht jedes Mal drücken. Diaz! Hören mit den Diaz! Da, 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 da! Ninja! Pesky! Bam, 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 bam! Wieder Waves immer! Waves immer! Waves 5! Ah! Oben rechts steht es! Waves 5 von 10! Danach ich da. Hey, also jetzt machen wir hier 10 Waves und dann ab! Die Posedtoi! Heben die noch Sekunden diese Türme? Oder noch Kills? Das ist die Frage. Wenn sie noch Sekunden halten, könnte man sie erst später zünden. Oh, Loot mit einem Amboss überkommen. Okay. Ist vielleicht ein Amboss, der dann so runterfällt? Wer weiss. Geil. Auf das Mal gibt es einfach Loot. Ja weiss ich, ich kriege mir auf das Mal ein krasser Schwert. So, noch Knarren aktiviert. Pam 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 pam. Duft 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 duft. Ist uns so lustig. Unser Kinderspielzeug. Bäm 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 bäm. Wie eine Spielfabrik oder so, wo Kinder spielen können. Oha. Oha. Bonus. Boah. Drei Knarren sind aktiviert. Noch zwei. Noch eine. Oh, alle sind weg. So. Bis jetzt läuft es da wie verrückt. Schau mal an. Pam 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 pam. Boah. Oha. Ha ha ha. Oh my god. Jetzt kommt einfach nicht nach mehr als ich dachte. Oha. Oha. Ah, jetzt wird es sicher der Knackiger. Knackiger. Wir sind Wave neu. Wave neu. Jetzt sind wir Wave neu. Da schaffen wir jetzt. Komm. Yes, Kanonen am Start. Noch mal eine. Laserturm am Start. Oha, ich bin fast aus dem Ring gelaufen! Alter, da wäre... Oh, Ticket, Ticket! Der Boss ist da! Alter, sieht anders aus! Das ist der Frühlingsboss. Okay. Kann ich von dem überhaupt weg? Oh mein Gott, der hat... Darf ich den Schlag? Okay. Ich kann ihn gar nicht ausweichen. Okay. Ich schaffe den Boss zu lassen. Ich kann ihn nicht ausweichen. Ah, wenn ich rumlaufe, kann ich schlagen. Oh oh. 17. 17. Hat mich nicht geholfen. Hat mich nicht geholfen. Hat mich nicht geholfen. 18. 20? Töte? Wie lange schlägersך? Weichgehter weg. Reize! Nein, 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 nein! Nein! Oh no! Ja, unterschätzt! Wir brauchen jetzt ein richtig geiles... Wir kaufen uns jetzt einfach schöne Eier. Wunderbar! Come on, come on! Yeah, yeah, yeah! Komm jetzt! Ente! Ente! Die Hure Gans! Wieder eine Gans! Oh! Oh! No, meine Gans! Komm jetzt schon! Gib mir eine Ente! Da wird's krass! Oh! Nein! Nein! Aber... Wir können es äh... Craften! Zit! Nein, da... Da können wir es... Ah, da hätten wir es verbessern können! Ah, da... Ah... So... Ja, jetzt haben wir... Ja, jetzt haben wir... Boah! Jetzt haben wir eine riesige Gans! Ha! 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 Seid ihr lustig aus, die Gans! Da haben Flügel so auf der Seite gemalt! Ha! 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 Okay... Ich glaube, das ist die letzte Trainingseinheit, die wir jetzt machen. Da... Ah! Schauen wir noch, was für Dinge wir bekommen haben! Stimmt! Jungs, müssen wir noch schauen, was wir für Items bekommen haben! Im Inventory! Ich bin jetzt sogar noch in die Stallhöhle! Alter Verwalter! Also einmal gehen wir noch rauf, bis der blaue Energypark oben ist! Jetzt haben wir es dann gleich! Boah! Ich komme an die Füße! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Okay, was haben wir da noch bekommen? Wir schauen zuerst das Inventory! Schwert haben wir noch keine andere Waffe da auch nicht! Wir haben nochmal so einen! Einen Game Detector! Aha! Aber das sucht uns dann nicht einfach die Dinge rein! Ich glaube, wir gehen da raus! Wir gehen da rein! Und... Plus 1% Win! Mehr Leben! Sollen wir mal hier... Bei dieser Aura-Maschine ONLY! Haben wir irgendwo bekommen? Standard 2! Oder mal... Hey! Haben wir hier einmal zu bekommen? Travel! Heigh, wollen wir hier bekommen?! Ho! Wieviel! Heine! Aura-Maschine! Ich habe denn gesehen, was ich hier jetzt durchgekommen habe?! Hä? Ich checke jetzt nicht, was habe ich jetzt bekommen? Magic Star Legendär, für was sind denn eigentlich diese? Sollen wir schnell retro laufen? In diesen Schatzkisten sind wir noch nicht gewesen. Ah, da hat es noch eine Schmiede. Ah, da hat es noch eine Schmiede. Was können wir da machen? Oho, und dann? Holy moly. Machen wir. Okay, jetzt sollen wir den von hinten verbessern. Aha, wir müssen 4 haben. Tatsache. Hä, wie ich gedacht habe, wir haben es verbessert. Geil. Jetzt sollen wir den rausnehmen und den rein tun. Geile Sache. Reiserune, Index. Ich denke, wir machen sicherheitshalber. Einmal machen wir noch. Und durchlaufen. Und dann besiegen wir den Boss. Jetzt besiegen wir den Boss. Das sieht so geil aus, wenn er noch so abgeht. Ich denke, dass wir den Boss. Oh, ein Batterion noch weiter. Okay, let's go. Wir gehen rein. Letzte Runde jetzt. Komm, jetzt. Ich glaube, zuerst müssen wir gerne viel machen. Okay. Die ersten gehen in Butter. Aber eben. Heisst nichts. Haben Sie gesehen? Vorher habe ich auch gedacht, oh, das ist ja voll einfach. Jetzt habe ich Salat. Torte. Palten wir mal für später. Wir schauen noch mal, ob es dort bleibt, oder? Genau. Achten wir mal drauf. Ob dort, und da haben wir noch so Dinge. Genau, so Glückskisten. Damit wir die einfach stehen lassen. Und dann würden wir die einfach stehen lassen, bis der Boss kommt. Das wäre eine alte Taktik. Oh, Mordoi. Oh, 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 oh. Oh, Level up, oh. Was geht ab? Ah nein, schau, jetzt ist die Kiste weg und der Ding ist weg. Ist die beiden weggegangen, oder? Oder ist es so, dass man so Items bekommt, wenn man Kisten nicht aufmacht, die geschützt drin sind? Und der könnte noch sein. Der könnte auch noch sein. Jetzt schauen wir noch mal. Wir lassen jetzt die Kisten noch schön stehen, dort. Die brauchen wir nicht. Da schaffen wir auch ohne. Wave 5, Jungs. Wave 5! Sollen wir sie auch mal stehen und schauen, ob es dann noch einen Loot gibt, wenn jetzt die... die verschwindet auf das Mal. Vielleicht liegt es an dem. Sie ist verschwunden. Aber es hat jetzt gerade nichts gegeben. Es hat nichts gegeben. Es hätte ja sein können, dass es wegen dem ist. Was es denn dafür ein Loot gibt, dann muss man eine Kiste nicht aufnehmen, mit dem geschützt drin. War nicht so, aber... Oh, 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 oh! Wieder Loot, Loot! Oh, oh, oh! Jetzt hat es aber noch mal Loot gegeben. Bis Wave 7. Juwelenbonus hier. Boah, geil! Jetzt arbeiten wir es. Jetzt, Jungs, wir arbeiten in die nächste Welt. Wir arbeiten es. Wir arbeiten da jetzt. Wie so ein Käfer. Oh, tatarata! Der Turm macht uns die erste Vorarbeit. Oh, der war lautig gut! Der mit dem Herzchen gerade an. Der ist ein krasser Laut. Riff nie. Ah, ich habe ja noch Gumpen, den habe ich voll vergessen. Stimmt. Ich habe ja Gumpen, ich hätte den ein paar Mal weg können. Oh, der Boss ist da! Ich konnte ihn nicht. 47 Leben haben wir. 39. Wir sind weiter weg. Oh oh. Einfach schnell auf. 25. 25. 25. Oh, was? Er getroffen! Ah, ich habe ja einen Gumpen! Schon wieder vergessen. Oh oh. Oh oh. 30. Meter? Das ist aber nicht verrückt nicht. Entschuldigung, auch wenn wir ein Fahrzeugreie äh devastating. Ich habe es geschafft, ich lebe immer, Luka, scheisse, oh mein Gott, ich lebe immer, Luka. Eher eine Runde, nein, jetzt ist es fertig. Mit den Schlüssel. Mit den Schlüssel, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, Alter. Yes, wir haben es geschafft, Jungs. Geil. Yeah, 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 wir haben es geschafft. Okay, 7,7 Millionen Eier. What? Inventory, wir schauen noch schnell, was haben wir hier Neues bekommen. So. Ähm. Das ist sehr gut. Swerd Speed. Der ist, glaube ich, auch sehr gut. Was ist denn da? Grow a pet. Grow any pet from a baby to normal. Ah. Da können wir eins vom Baby zum normalen aufwerten. Okay, dann können wir ja da... Kaufen, schütteln wir mal so ein Insel ein, ja, da. Gewöhnlich. Wir können schon keines mehr kaufen. Okay. Ähm, best. Können wir noch 3 auswählen? Okay. Mhm. Hm. Das ist ein Ton auf der... Ton auf der Maschine. Select a pet. Ach so. Oh. Skin Booster. Ähm. Welche PC haben wir denn? Beanchen haben wir gar nicht drin. Wir könnten rein theoretisch... Aber... Wir müssten... Geschirr mal 4 Beanchen haben. Das ist die Chance grösser, dass wir das gewinnen. Was gibt's denn da jetzt? Oh. Geil. Wir haben immer noch ein Schwert bekommen. Neues habe ich nicht gerechnet. Nein. Zweimal sag ich. Oh, sogar blaue. Oha. Geil. Was gibt's da? Mighty Cleaver. Okay. Ah. Items jetzt da die ähnlichen wieder. Und noch etwas Neues zu geben. Shuriki. Ein Shuriken. Möglich auf epische Waffen. 15 Wellen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Ähm. Machen wir da kurz mal Auto Training. Geil ey. Richtig geiles Game. Ich sage. Das war es für die erste Runde. Jungs. Richtig geil. Macht voll neu. Wenn ihr da noch ein paar mitspielen. Oder ja. Dann geht's noch viel mehr ab. Ich sage. Bis zum nächsten Mal. Euer Besky. Und nächstes Mal sehen wir uns so gerne. Vielleicht das zweite. Vielleicht kommt noch der Power Gangster mit dazu. Dann macht's noch viel mehr Spass. Danke vielmal fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr gerne mehr sehen wollt. Immer unten in die Kommentare schreiben. Und liken. Danke vielmal. Ciao miteinander. Tschüss. Untertitelung...